Sensationell, super, schön, hell, viel besser wie vorhanden. Heute ist es soweit, die Party-Lounge in der Nachtschicht in Hart eröffnen. Das heißt, viele geladene Gäste testen schon zwei Stunden vor der offiziellen Eröffnung den neuen Flur. Und wir sind für euch, aber nur für euch hautnah dabei. Welche technischen Besonderheiten bietet die Party-Lounge? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben eigentlich versucht, den Spagat zu schaffen zwischen technisch hochmodern und trotzdem aber eine gemütliche Party-Location. Wir haben versucht, dass wir zum Beispiel solche Dinge eingesetzt haben, wie meines Wissens die erste in Europa eingesetzte dreidimensionale Pixel-Decke, wie wir da auf euch sehen, spezielle Licht-Steuerungs-Software, die das alles koordiniert, transluszent durchleuchtete Polycarbonatelemente überall in allen Bahnen, in allen Überbahreinheiten. Man sieht es in der Nacht vielleicht eh. Soundtechnisch haben wir auch die komplette Musikanlage erneuert und auch alles auf EDV basiert gemacht. Wir haben jetzt da eigentlich alle Möglichkeiten, die man heutzutage machen kann, haben wir da integriert. Wie ist dein erster Eindruck von der Party-Lounge? Die Party-Lounge ist also wunderschön, oder? Ein tolles Ambiente und ich finde es richtig cool, dass man da was anderes draus gemacht hat. Wirst du die Party-Lounge öfters besuchen? Ich werde sicher ab und zu kommen, ich werde auch mit Geschäftskunden kommen. Martin, du bist hier in der Nachtschicht zu der Eröffnung der neuen Party-Lounge. Und wie ist dein erster Eindruck? Also mal, das ist ganz lässig geworden, vor allem in dem Retro-Look da da. Und da hat die König, was ich falle, sie sind mit der Zeit gegangen und ich finde es richtig lässig. Und es wird da ein anderes Publikum ansprechen. Da bin ich ganz sicher überzeugt. Wir haben nun einen kleinen Einblick in die Party-Lounge gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet viel Spaß und wir sehen uns bestimmt wieder. Viel Spaß noch!